Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video, diesmal in The Hunter Call of the Wild unterwegs und zwar haben der Felix und ich das Spiel angetestet und sind gleich auf lustige Jagd gestoßen, weil wir jetzt zum Beispiel wie in diesem Video gleich zu sehen, wirklich eine Menge Tiere gleichzeitig gesehen haben und eine ganze Horde erschossen haben, aber wir haben einiges Lustiges erlebt auch und ich denke ohne weiteres großes Gerede hier das Video und ihr dürft euch auch schon auf das zweite Video freuen. Am Ende dieses Videos kommt da eine kleine Vorschau, da wird es umso lustiger. In diesem Sinne, viel Spaß und schaut es euch an. Oh, ich habe abgeknallt, das Tier, das hat kurz zusammengezogen, ist 2 Meter gelaufen, ist direkt umgefallen. Genau, das ist mir auch schon passiert. Das ist gut, das ist glaube ich jetzt gut. Es hat sich nämlich, da hatte ich dann Silber geschossen, glaube ich. Das war, wo ich Silber geschossen hatte, ja. Ich habe ein bisschen übers Bein getroffen. Wahrscheinlich war das gut. Na, ich gucke mir das mal an. Die Blutspur interessiert mich auch. Alter, das war ein richtiges Gefühl, ich habe 2 Meter geschossen. Oh, ich mache mal Bronze. Boah. Bronze, nein, wieso? Lungenflügel rechts. Eigentlich war das ein sehr, sehr guter Schuss. Ich habe Muskellungenflügel links, Leber, Magen habe ich getroffen. Und das zweite ist, oh, das war voll ein Arschmuskel, Hüften, Kreuz, Steißbein. Was steht bei dir, Effizienzbonus? Ähm, wo ist denn das? Links? Schlecht, Gewicht, Effizienzbonus, Distanz, Schwierigkeitstrophäen, Effizienzbonus 81%. Effizienzbonus, wenn das 100% ist, dann muss ja top gewesen sein. Oh. Bei mir steht Effizienzbonus, Ethikbonus und Verwertung in Folge alles 100%. Ja gut, weil... Aber es ist Bronze, was wahrscheinlich leicht ist. Ne, weil das Ziel wahrscheinlich Level 1 war. Ja. Deswegen kannst du wahrscheinlich nicht über Bronze hinaus, glaube ich jetzt mal... Weiß ich nicht. Was war dein hier? War das in deinem Hirsch? Ich habe zwei, ich habe zwei Wildzauung geschossen. Wildzauung. Zwei Stück, Alter, richtig geil. Aber die sind doch normalerweise auch vom Level her höher, weil ich glaube schon, dass damit das auch zu tun hat. Weil, ich überlege mal, Effizienzbonus 100%, aber dann immer noch berücksichtigt. Das kann schon daran liegen, aber ich glaube, jedes, auch so ein Spiel, Rehe kann schwer haben, also Rehe haben, glaube ich, im Schnitt, ich habe es schon mal aus Wildzauung gesehen, meistens habe ich Wildzauung sehr leicht, dann kommt man leicht und so in dem Schnee... Shit, und dann habe ich auch Regen, sind trivial, ich weiß nicht, was trivial ist, wie ich in die Richtung... Ist es dann sehr, sehr leicht? Was ist leicht? Oder leichter ist leicht? Ich weiß nicht, was ist trivial. Ich habe hier auch Nummer 1. Genau, es ist so, ja, verschiedene Sachen halt gehabt. Aber das Geile war jetzt, ich habe jetzt halt eine Wildzauung angeschossen, bin jetzt er verfolgt, habe dann jede Menge andere gesehen, wusste aber nicht, habe meine nicht mehr gesehen, weil ich ja tot war, weil ich im Beschlag habe, habe meine nächste rausgesucht, habe zwei Schüsse gesetzt, habe ich zwei zum Ganzen gemacht. Oh, ich hätte einen Schuss können. Instant, instant umgefallen diesmal. Ohne, ohne zu zucken, direkt umgefallen. Wenn das jetzt kein Silber ist, du, wenn das jetzt kein Silber ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Komm, diesmal muss aber gut gewesen sein. Äh, das ist Silber oder Gold, bitte. Es war ein Blatt-Schuss, war das jetzt. Mal gucken. Oh, ich höre es, Steps. Und Silber, jawohl. Auch wieder alles 100%, Trophäe 103. Muskellungenflügel rechts, Lungenflügel links, er ist durch, durchdrungener Treffer. Ja, 103 Punkte hast du bekommen. Und ich habe jetzt auch eins direkt getötet, mit einem Schuss, habe ein Reh getroffen. Weißt du, ich habe nichts gemacht, ich wollte auf dich warten, hab sie geguckt und wir sind von mir lang gelaufen. Leute, und ein Schuss, mal gucken, wo das war. Das Bronz habe ich leider nur bekommen, war aber ein perfekter Muskellungenflügel linker Brust. Schau mal auf die Karte, wir haben die Karte schon wieder gefärbt, ey. Aber es war ein richtig schöner Lungenflügel. Da hinten war ein Warnruf, Lungenflügel, hier hauen vor die abwahrscheinlich. Lungenflügel links, habe ich direkt 100%? Ja, genau. Wie, Trophäenpunkt, habe ich bekommen? Das ist mit 10.0. Ne, war das, doch. Ja, null. Bei dem anderen, das ist dann 40 und 80, nicht so. Oh, 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 da haut eins ab. Warte, warte, warte. Wenn du vorbei hast. Kommt das zu meiner Richtung? Ne. Wir machen hier richtig Treibjagd, ne? Eieie, jetzt zuckt er mir viel zu viel. Nachladen. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Noch mal eine Wildzau. Ich mache wieder ready. zwei bilder und die kommt auf dich zugelaufen auf mich ja die sind auf dem feld zwischen uns beiden auf dem feld wo die genau auf das feld zu die sind da unterhalb noch wie weit von mir schätzung schon gute 300 meter 300 meter kann sich sein aber wir sind 200 meter die sind siehst du sie zu dem marker nahrung und bedürfnisgebiet nein aber ich bin ja ja ich komme jetzt gleich über die kuppe wie ich genau auf mir drauf oder wie wenn ich jetzt genau auf die show nein 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 die sind unterhalb die in richtung im westen eher noch die laufen aber in der richtung guckt dass du die kuppe hochkommst ja ich bin geduckt am kubi hochkommen wo ich sehe ja ich hätte ich hätte die möglichkeit hat erwartet 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 nur zwei schuss dann habe ich nie mehr glaube ich laden nach und ich bin ready ich würde mir das vordere nehmen ja okay bereit feuer jetzt so problem ist ich habe keine munition mehr inventar munition wo ist es wie ich da und der eine den ich habe der ist am boden wurde jetzt habe ich hier noch mal zwei sicher und noch einer und komm ja ich habe alle drei am boden ein bisschen aber ich erwischt haben ja das letzte das allererste mal du hast glaube ich dass deins war schwarz meins war weiß weiß meins war das war das war das war ganz also so so hell ja das heller ist grau wenn dann also es gibt kann dabei ist da war mein ziel kann man behebt auch so sicher wer drauf geschossen hat 37 trophäenpunkte wildschwein wer drauf geschossen du oder ja wenn ich jetzt das hier aufhebt sehe ich es auch was war das er singt es ja felix zweiter felix der felix für der felix fünfte von mir dann erster war nur acht prozent das war genau in den kiefer der vierter war da rein kannst du dir die punkte wenn du das aufhebt kriege ich da hinten ist noch mal eins da wieder auch noch mal jetzt habe ich jetzt keine punkte mehr bekommen komischerweise letztens habe ich punkte bekommen das auch obwohl ich drauf geschossen hat egal weiß ich nicht dann lass mich deswegen noch mal gucken was du hast ja habe ich aber auch selber still was zu bekommen ja und für das das hat effizienz bonus 92 ethik bonus 50 prozent ich glaube mehr als 50 prozent geht glaube ich bin wir scheinlich erfolgen 100 prozent muskel lügen lungenflügel links muskel lungenflügel links das wird zwei mal gehettet und einmal muskel 0 prozent schaden wahrscheinlich ist es dann zwei lungenflügel hast du gegeben ok ich habe nichts bekommen total komisch man weiß ja nicht also bei dem einen da warst du auf jeden fall mit dabei bei dem hier habe ich Geld gekriegt die komische er hat ja nichts weil ich in dem sinn egal wäre es auch für glaube ich es ungefähr ja auch guck mal unser feld an auf die web richtig dreimal aus es ist schon hell helllila ich will aber mein Reh warte wenn das die Rehspur ist das ist ein Reh ja das könnte sein da müsste hier eine Blutspur liegen irgendwo ah ja hier ist die Blutspur sehr gering her gut egal die muss muss jetzt trotzdem irgendwo gewesen sein hörst du die Geräusche nö ich hab gerade eine Eule gehört ja genau ah da liegt's hallo ja gut der Jäger hier unter uns alles klar da räumt er auf Treibjagd ja Felix alles was die Kanonchen hergibt aber mein GPS ist halb lila gerade nicht schlecht also okay lad durch ach du heiliger sind das Viecher ja ich sag ja huhu ah die kommen zu uns oh das sind das sind nicht fünf oder sechs das sind acht oder neun ach du scheiße ich sag dir wenn die wir wissen acht oder neun Felix ach du scheiße oh shit okay ich bin ready hallo oh no alles klar auf den vordersten oder ja okay 3 2 1 Feuer der ist tot den anderen da rennt einer auf uns zu Felix lauf 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 Aua ha 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 verzieh' dich du Segel 5 2 3